hallo willkommen bei einer neuen ausgabe von sweet checker heute habe ich etwas aus dublin mitgebracht beziehungsweise eigentlich von der ism netzen ism aus januar das sind so kleine gar nicht so hat brownies und die haben hier das ding heißt zum beispiel tif toff in the toughen tuffen in the tif toff oder der hier roach rock'n chock chock block oder chili slice von der firma brodericks das sind zwei brüder und die stellen die dinger in dublin selber her als handmaid und hier auf den dingen sieht man sowas die beiden brüder hier unseren dicker ich witzige jungs ich hab die auf der messe hängen gelernt und die waren echt cool drauf also das teil mal auf die kann man übrigens online bestellen auf der webseite sieht man übrigens nachher auf meiner webseite da könnt ihr den link noch mal sehen und mach mal auf also witzige verpackung riecht nach schokolade so herauskommen so ein richtiger dicker knüppel leute ich stehe aus solchen teile richtig geiles ding das ist so richtig so männer mäßig ich habe was in der hand okay weiß noch mal rein schon ganz schön viel so kickstück drin vor mir schokolade oben noch mal so eine oder so schicht oben drauf total knusprig ohne ende vollmundigen geschmack klasse geschichte das ist doch ein was das schönes brüder ich mich auch anders auf dem messer habe ich so ein vollmilch ding also vollmilchschokoladeteil so echt wie so ein echter brownie mit einer schokoladencreme oben drauf lecker so was sehe ich denn hier das sind so müsse und noch andere müsse das ist nicht so fest nicht so fest wie der andere das so richtig so fluffig so karamelle oben auch drauf sehe ich gerade ganz cool abgefallene geschichte also nüsse drin ist knusprig weich karamell schokolade freue mich eine coole geschmackskombination noch mehr hier gibt es in deutschland nicht man dann also ich finde das top noch mal vorweg die rolex brothers und rolex bank kommt genau der seite findet ihr noch mal auf meiner webseite von meiner webseite findet ihr die webseite von denen und er kann sich die webseite haben die uns auch mit animation und mannequin und so hat ihn so rum und ganz ein bisschen geschichte und videos haben wir auch dort und alles ganz cool ja schon mal vorbei und ja das war schon also top kriegen hier von mir schaut man auch auf meiner webseite vorbei nicht vergessen oder auf der facebook seite von mir ansonsten bis zum nächsten mal tschüss